Junge, du hast meinen Kopf getroffen! Laber nicht! Oh! Genau so Millimeter wie... Ja, hallo YouTube, ich bin Schadenskamm, ich starte heute mit einem neuen Video und zwar da jetzt mit der Season 5 die neuen Funktion Golfen, Basketball und Volleyball mit dazu gekommen ist, werden wir heute etwas Besonderes machen und zwar, wir werden den längsten und von den höchsten Punkt, wo es überhaupt geht, Hall-in-One-Golf-Ein-Loch-Beitrick machen und dafür werden wir uns jetzt erstmal natürlich einen Golfspieler aussuchen. Hier haben wir noch den Ragnarok, aber ich glaube, der passt nicht ganz dazu. Wer sieht denn am besten aus für Golf? Wer ist denn hier der größte Golf-Paul-Berger der Welt, oder? So, ich würde sagen, der Typ hier sieht schon ein bisschen Golf-mäßig aus, das ist hier so sein Golf-Outfit. Wir nehmen mal den, jetzt brauchen wir natürlich einen passenden Golf-Rucksack. Was haben wir denn hier für... Das sieht eigentlich ganz cool aus, der ist Golfer und Skifahrer in einen, würde ich fast sagen. Haben wir hier vielleicht noch einen besseren Golf-Rucksack? Ich glaube, wir haben den passenden gefunden, ich glaube, der sieht am meisten nach Golf aus, irgendwie hier an der Seite mit Antenne für das Golf-Card. Und dann haben wir schon unsere Kombination eigentlich gefunden. Jetzt brauchen wir natürlich noch den besten Golf-Schläger der Welt und dafür würde ich mal sagen, nehmen wir hier den Slurp-Juice. Und wichtig, Leute, da es sich hier um einen offiziellen Weltrekord handelt, brauchen wir natürlich noch einen Schiedsrichter. Und mit dabei ist Samir! Golf-Schläger! Golf-Schläger! Wie siehst du denn aus? Säger, du musst dir noch einen Schiedsrichter-Outfit auswählen. Hä? Guck mal, sieh ich aus wie ein Golf-Spieler. Soll ich mich jetzt anziehen wie ein Schiedsrichter? Ja, du musst dich anziehen wie ein Schiedsrichter. Ja, du musst dich anziehen wie ein Schiedsrichter. Ich ziehe mich jetzt an wie ein Schiedsrichter. Nein, ziehe die Mathe Jo. Hey, Digga, warte mal, ich hab die Idee! Hey, ich nehm' richtigen Golf-Spieler. Ich nehm' richtigen Golf-Spieler. Weißt du, wer ein Golf-Spieler ist? John Richter, also Paul Berger. Du bist der Schiedsrichter, das ist perfekt, das passt perfekt. Ich bin der Schiri mit dem Gestreifen und du bist John Richter jetzt. Ja? Ja, du siehst aus wie ein Krimineller, aber gut, okay, mach ready, jetzt ab geht's, wie wir jetzt einen Weltrekord machen, Bruder. Ab geht's für eine Partie Golf nach Lazy Links, wo auch sonst hin. Das ist ja das Golf-Paradies number one. Ich hoffe, oh, wir kommen mir gar nicht richtig an, Bruder, das ist zu weit weg. Boah, ich komm, ich komm. Holy moly, besorg dir am besten erstmal ne Waffe, weil ich glaub, hier wird gleich Session sein. Ja, mach ich jetzt direkt. Sind hier welche gelandet? Ich hab' keinen einzigen gesehen. Nein, hier, ich glaub, nein, hier sind welche, Hilfe! Ist das jemand? Ahhhh! Ich komm, ich komm. Ich will doch nur Golf spielen! Ich hab' ne Waffe. Okay, ich hol' den, ich hol' den, ich hol' den, der rennt weg. Oh, auf dem Golfplatz. Hier ist richtig Session auf dem Golfplatz. Auf dem Golfplatz. Hab' einen! Ich bin jetzt da. Ich komm' jetzt. Hier sind noch einer. Ja, ja. Hier fährt einer schon mit Golf-Card rum. Ich hab' einen Golf-Card. Ich komm' jetzt. Oh mein Gott, zwei Leute hier, Digga. Andere Seite, Andere Seite. Ich brauch' Hilfe. Ich brauch' Hilfe, Digga. Die kommen! Hilfe! Komm' zu mir, komm' zu mir. Hier. Die sind hinter mir, Digga. Hinter dir, hinter dir. Ja, das Problem, ich hab' nix zum Bauen. Hab' einen, hab' einen. Sehr gut, da kommt noch einer. Da hinten rät noch einer rum. Oh mein Gott, was hier los? Wir wollen noch nur Golf spielen, Freunde. Hey! Wir wollen noch nur golfen. Da war noch einer, ne? Da hinten ist noch einer. Siehst du den? Der coolste Kollegen, glaub' ich. Da schön, da schön. Hier, hier, hier. Hier ist eine, hier bei mir. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Hast du ihn? Ich hab' den anderen, ja. Ja. Ja, ich glaub' das waren alle. Oh mein Gott, was hier abgeht, ne? Junge, ey. Ich brauch' auf jeden Fall erstmal ein bisschen Medic hier. Ich hab' Medikid für dich. Ja, sauber. Okay, dann müssen wir uns gleich erst mal das Golfloch suchen, wo wir reinlochen. Und dann... Boah, das wird Weltrekord, Bruder. Oh, wo uns? Oh, ich seh' ihn, 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 ich seh' ihn. Oh, warte, 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 ich komm', ich komm', ich komm'. Ist da noch einer, oder was nur? Da ist nur einer. Hier ist der Hunde, Digga. Ich hab' keine Muni. Ist downed? Ah, okay, sind doch zwei. Ist, ist nur gedowned. Da muss der andere irgendwo noch sein. Wer Muni? Ich... Wo soll er sein? Ja, ich hab' Muni. Ah, okay. Ne, ne, passt, ich hab' auch. Wo soll er sein? Vielleicht war das nur ein einzelner Golfspieler. Ah, der war gedowned, ja. Boah. Digga, das sind die Leute, die den Club zahlen. Ja, das sind die Leute, die hier einbrechen wollen. Ja, das sind die Leute, die hier einbrechen wollen. So, komm' mal her. Ey, ich würd' sagen, welche Fahne wollen wir nehmen überhaupt? Lass uns die Fahne. Okay, da kommt jemand aus dem... Aus dem Lauf. Ich würd' sagen, ne, die ist zu schwer. Hier hinten die, oder? Lass mal gucken, warte. Wollen wir die hier hinten? Boah, das wär' heftig. Ja, okay, die ist krass, ja. Es fliegt einer. Es fliegt einer. Lass mal den wieder nehmen. Und du musst dich hier hinstellen, gucken, ob ich da ein... Warte mal, ich teste erstmal so. Nein, du triffst, ne? Alter, was hast du für'n fetten... Und? Ja, was? Mein Gott, war da knapp. Ey, du kriegst du mal hier. Warte mal, ich geh' zurück. Ja, okay, du hast ihn wieder. Jaaa. So macht der dann, okay? Nice, okay. Gut, okay, ich geh' jetzt erstmal ganz nach hinten hin und guck' wie weit das geht. So, wir gucken jetzt erstmal, wie weit der Golfball überhaupt fliegt, oder? Ich fahr jetzt erstmal richtig weit weg. Ich fahr jetzt hier richtig weit nach außen, so auf unmöglicher Basis eigentlich, ja? Ey, weißt du, der fliegt so weit? Jaaa, klar. Der fliegt doch nicht weit so weit. Guck mal, wo ich bin. Wo? Doch, der fliegt so weit. Du musst nur ganz hoch. Und ich guck', ob ich den gleich seh'. Leute, wo bist du denn? Guck mal, oh mein Gott. Ach, du bist in der Luft da oben, doch, ich seh's. Okay, pass auf, ich schieß ihn mal jetzt mal. Ja. Oh mein Gott. Siehst du den? Siehst du den? Der kommt jetzt runter da bei dir. Junge, du hast meinen Kopf getroffen. Laber mich! Spaß, das war nichts. Ich hab den nicht gesehen. Okay, du hast den nicht gesehen, der. Schieß nochmal. Aber der kommt so weit auf jeden Fall. Ich glaub' auch, ja. Oh, okay, der fliegt wieder, der fliegt, der fliegt, der fliegt. Genau in deine Richtung. Ich seh' den leider noch immer nicht. Oh, doch, 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 doch. Doch, der war da. Ja, der war da. Der war nicht schlecht, warte. Ich tu' noch kurz den Baum vor mir abholzen. Aber gar nicht so easy, auch beim Putten. Finde ich das gar nicht so. Ich hab' eine Pistole hier. Gibt mir noch ne Waffe hier mal. Digga, sind da seine Granaten? Da ist da, da ist da noch. Ey! Nein, Digga. Ja, ja. Wann das seine Granaten? Ja, sag das doch, Digga! Lachst du Gegner? Loll! Ich hab' immer noch eine Pistole. 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 Ja, komm' gleich weg. Pass auf, hier kommen wir weg rein. Pass auf, hier kommen wir weg rein. Pass auf, der Minigun. Der wird grad' abgeballert. Draußen, draußen. Einer ist down. Da ist noch einer gleich. Ich hab' noch eine Pistole. Der ist oben, glaube ich. Schuss bringen. Unten? Ja, der ist oben. Pistolen. Komm her, der Fünfziger. Hier, hier, hier. Hier, hier. Da kommen noch welche. Wir sind hier geradezu. Geh' nicht rein. Geh' nicht rein, geh'n. Nein, nein, warte, warte, warte. Dann lass' was down, Digga. Okay, nice. Okay, nice. Er ist fast down, er hat nen 60er Headshot, push ihn, push ihn Ja, der ist fast down Ja, der Link ist fast down, Digga Einer ist down Ey, solche Noobs, Junge Hier, einer kommt schon, guck mal, siehst du den, siehst du den? Oh mein Gott, bitte, bitte Ah, dass mein Kopf gewinnt, erwischt Ey, ich schwöre, dass wir nicht in den Kopf geschossen Ja, Digga, wo konzentriert dich Stärker, das war richtig gut Stärker, ja, ne, einfach fast mit Stärker, Richtung war perfekt Millimeter stärker Schiedsrichter getroffen Das ist er Das ist er Stärker, Richtung war noch Millimeter stärker, Richtung war top Ich hab einen Hier hast du Hier, sie kommen ja, ich hab tränke Mainhouse ist zwischen Links, links, links Hab ihn Bei mir, bei mir, bei mir draußen Komm, 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 komm Ich hab noch welche Die kommen oben, ja Ja, ja, warte, warte Ich hab, tschack, tschack, durch Oh, die sind über mir Die sind oben, pass auf China ist down Hier sind welche Nein, 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 nicht sterben, Digga Bau, bau, bau Beide tot, beide tot Oh, Digga, Alter, hast mir Angst gemacht Einer ist runtergesprungen Hier, der ist jetzt viel, viel leichter Jetzt hab ich ihn gesehen, okay Lol, lol, oh mein Ja, sag schnell Der war gut Sag schnell, sag schnell Aber so wie jetzt war er auch gut Weil der ist gut gerollt Mach nochmal Bisschen stärker Leicht stärker Ich hab jetzt ein bisschen stärker gemacht Oh mein Gott Äh, mach nochmal so Genauso Das kann sein, dass der reinrollt Der ist grad fast reingerollt Noch ein bisschen stärker Der war gut Noch ein bisschen stärker Okay, dann müsste der das sein Dann müsste der das theoretisch sein Wenn noch ein bisschen stärker Ich hab jetzt ein bisschen stärker gemacht, Digga Dann müsste der das sein Nein, ganz knapp, Digga Noch stärker Noch stärker, bisschen Noch stärker, Digga Jetzt nochmal einen richtigen, starken Schwung Also jetzt Stärker geht's nicht, Digga Also wenn es noch stärker ist Dann sagst du zu wenig stark Nein, dann muss noch stärker Der war wieder zu wenig Letzter Shot Letzter Shot Letzter Shot Letzter Shot Ich bin Millimeter nach links, Digga Aber geh rein, bitte geh rein Letzter Shot Nein Mann Okay, Main ist einer Pass auf, Main Rechts, rechts, ja Ja, ich seh, ich seh Nice Und noch einer Über der Mauer Der kommt jetzt hinter dir Ja, jetzt vor dir Ja, der hat noch nichts Der fährt da Warte, warte Ich fährt die ganze Zeit nur einer mit Auto rum Ja, du hast keine Effekte an Siehst du den Schweif überhaupt von dem Ball? Ne, wahrscheinlich Ich mach mal jetzt Effekte an Ähm Digga, du siehst den Schweif von dem Ball nicht? Ich mach mal Effekte jetzt auf episch Oh mein Gott, Digga Ja, weiter Ich hab da gerade geschossen Oh, oh Aha Der war richtig gut Millimeter leichter Und Millimeter nach links Okay, der ist schön weniger Der ist jetzt schön doppelt weniger, Digga Okay, bisschen mehr Bisschen mehr War gut, mehr Richtung war perfekt Also er muss nur ein bisschen nach vor landen War gut, war gut Sag Millimeter nach links Kraft genauso lassen Digga, ich hab jetzt wirklich Millimeter nach links gemacht Digga, das war wirklich Millimeter jetzt Ich weiß nicht, ob das was bringt Oh mein Gott Oh Bisschen stärker Noch ein bisschen ticken Ich hab jetzt wirklich minimal stärker gemacht Auch gar nicht zu doll Dass das wirklich was wird, Digga Komm, komm, komm Richtung war perfekt Nochmal stärker Bleib genauso Bleib genauso Nur stärker Doppel Leicht stark Bitte Das ist er Das ist er Komm Ja Oh Nein Ja Knapp Digga Sag Stärker Millimeter Weniger als Millimeter War der genau davor oder was? Nein Ist der nicht reingerollt oder so? Der war genau davor nur Millimeter Das glaubt zu weit vor Genau so Millimeter wieder Bisschen vor Noch mal ein Millimeter Ganz, ganz leicht, Digga Die sind perfekt Okay, jetzt, 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 jetzt Der, 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 der Ja, 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 Digga Ja, ja, Digga Ja, ja, Digga Nein, nein, nein 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 Was? Der, der ist drin Ist der drin wirklich drin? Hey, warum wird das nicht angezeigt, Digga? Der war drin Wie viel Meter, wie viel Meter? Oh mein Gott, hier, guck, ich war nochmal, ich war nochmal, ich war nochmal, guck, guck Wieder drin, Digga, ja, mein, Digga Nochmal, guck mal, ich war nochmal, der fliegt, my, wow Digga, jetzt kommt der, kommt der, kommt der, kommt Wieder drin, Digga, ja Digga, wir haben jetzt Ja, Dicker! Fünf Stunden diese Scheiße probiert! Endlich, Mann! Unglaublich, Digga! Holy Shit, Leute! So, Freunde, wir sind jetzt hier auf der maximalen Höhe angekommen. Und da unten ist das Loch. Da unten steht Savile. Und das Problem auf der Playstation 4 rendert das gar nicht mehr so weit, weil die Konsole das einfach gar nicht mehr zulässt, auf so eine Entfernung die Texturen zu rendern. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Also, ich stehe hier und bereite mich jetzt auf den Schlag vor. Und das wird dann auch der finale Treffer sein, den ich dann hier versenkt habe. So, komm, John Rick. Zack, da packt er den Ball hin. Und jetzt geht's los. Zack, der Ball fliegt. Und wir können ihn auch gut verfolgen. Das ist gar kein Problem. Aber jetzt kriegen wir ein kleines Problem, Freunde. Ich mach mal hier ein bisschen langsamer. Also, ihr seht hier genau den Ball. Ich mach mal kurz Pause. Und da unten geht er genau rein. Da unten geht er rein. Das ist wirklich der Wahnsinn, was der hier für den Bogen geschlagen hat. Oh mein Gott. Hole in one. Das ist Wahnsinn. Okay, Freunde. Aber jetzt passt auf, was das Problem auf der Playstation 4 ist, warum man das nicht ganz sieht. Wir haben insgesamt jetzt fünf oder sechs Stunden benötigt, um was hinzubekommen. Hier verschwindet einfach der Ball. Hier verschwindet einfach der Ball quasi. Wir waren schon auf der maximalen Rendering der PS4 gewesen. Also, es kann quasi gar nicht weitergehen. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Das ist einfach der pure Wahnsinn. Holy Moly. Lasst hier auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr Bock habt, dass ihr das Ganze mit dem Basketball auch noch machen wollt, dann checkt auf jeden Fall das Savills Kanal, auf dem ich das auch auf seinen Kanal machen. Leute, Link unten in der Beschreibung. Gönnt euch das. Hau da rein. Kufta in. Standardskill is in.